Und damit willkommen zurück zu Super Mario World mit Flash Mit Centos, dem Versuch nach Versuch und Versucher Der net versucht, diesen Versuch wieder zu wiederholen Tod, Tod, schade Genau wie Flash, der immer versucht, das andere Level zu schaffen Ich kann weiter als du, ich kann weiter Ich habe aber noch 19 Leben, ich muss mal wieder welche holen Ne, das ist vom Spiel so vorgesehen Ja, dass du cheatest Möglich Habt ihr das gehört, Leute? Ich werde jetzt voll in Abgrund Ne, komm zurück So wie in der letzten Aufnahme Wow Ich hätte einfach weitergehen sollen Hier steht die Arbeit ruft Ja Ja Wieso die Arbeit ruft? Von Sim, die Sims Traumkarrieren Von Sims 3 Achso Ich nehme die Ding Die muss ich mal einlegen, um zu spielen Oh Ist das jetzt traurig? Nö Nö Will da nicht wieder vorher auftreten Warte erst mal Dass ich dadurch ein bisschen mehr Zeit hab Versuch dir einfach ein Ding zu nehmen und direkt los zu fliegen Das war ja nicht weit entfernt Nee, ich weiß Und oben sind alle Dinge auf und zu, weil wir alle Buttons haben Ich weiß Jetzt fliegt los, VWRZ Das muss doch irgendwo sein Komm schon, das muss hier sein, da ist es Ich komm hier nicht durch mit Yoshi Tschüss Yoshi Ist das denn da? Ich darf dich leider nie mitnehmen Ist das am Ende? Ich glaube ja Da Jawoll Geschafft Leute, endlich Endlich, ey Voll Da Ja Star Wars Oh doch, Zeit Wenn du es schaffst, schaffe ich das jetzt auch oder nicht Nö, ich schaff's nicht Ich hab's so im Blut gerade Ja, im Blut Das Blut Das tut mir gut Und tschüss Komm jetzt wieder zurück Nö, das Oh, ich muss mal gleich den Mixer wegmachen Nö, der stört mich die ganze Zeit Wieso stört er dich? Ja, der ist gerade so Gerade im und gerade außerhalb vom Blut Also gerade am Rande, weißt du Ja Und da guckst du dann automatisch drauf Ja, ich kann da Vor allem Ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen, dass Auf der rechten Seite das Bild so groß ist Aber ich gucke immer nach links Jetzt komm ein bisschen Zum Emulator hin Tschüss Gerade Ich hätte einfach durchlaufen sollen Er hätte jetzt gar nicht springen draußen Vor allem bei der Größe Ja Na, weiß ich nie So Special Hm Warte, sag mal What? What the fuck? Was ist das? Das Drogenlevel Kinder Drogen sind nicht gut Alter Hä? Nimm mir irgendeiner Ich kenne das Believe vor allem gar nicht wirklich Ja, ist es Ich auch nicht Tübtüdede Oh Entweder war das hier Dass man da so hochkommt Oder das geht noch höher Na, es geht bestimmt noch höher Musst du nur schnell genug sein Das hier Tübtü, tübtüdeh, tübtü, tübtü, tübtü was ist wenn ich hier hoch geh du kannst einfach nie springen das ist dein fazit Ja, das kommt auch noch dazu Ein Keimspiel kann zentlisch springen Naja, irgendwie nicht Was ist hier eigentlich? Eine Pflanze bestimmt Sagt sich ja Hui Ehrlich? Ehrlich? Das Level ist wie für dich geschaffen Nicht Centos, guck mal auf die Zeit Die hält auch nicht lang an Ja, ich weiß das doch, Flash Level für Centos geschaffen Diese Blöcker Mit dir könnte aber kein Jump in One spielen Weil das würde ja lustlos sein Ja, ja Er hat's geschafft Und nicht den Pilz zu bekommen Aber, das ist auch Da kommt man nicht mal rüber Ist hier eigentlich Tschüss Das ist schon die nächste Pflanze Du fliegst jetzt voll in die Schülkritte rein Ich weiß es jetzt schon Oh Mann, die Zeit läuft eher ab Bevor ich was auch nicht schaff Was ist das auch für'n scheiß Level? Ich find das schön das Level Ich bin scheiße Komm Ich kann ja nicht rausselecken Ne, du musst sowas einmal haben Und da komm ich auch nicht so rüber Hä What the fuck, was ist das für'n Scheiß? Das ist voll das geile Level Das ist behindert das Level Ich find das voll geil Hä, wie soll man da rüber kommen? Du musst schnell genug bei den Pflanzen sein Das ist das geile Also nicht ein Level für dich Schnell genug bei den Pflanzen? Ja, da in der eine Mitte Wo dieser Blau Wo dieser Block ist Den musst du zum Drehen bringen Also dass der verschwindet Und dann geht die Pflanze weiter hoch Voll die quicken Level Ja Also ich geh da gleich weg Ja, dann können wir hier weitermachen Dafür brauch ich erstmal Leben Weißt du eben, welchen Du die kriegst Ja, ich weiß Die Frage ist, ob ich das überhaupt hinkrieg Nein Und nicht Game Over gehen Ich glaub ich geb dir gleich einfach welche Dun, 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 dun Ja, kannst du mir diesen Speicherpunkt nicht versauen Ja, hier haben wir ganz normal gespeichert Nur ohne diesen Safe Oh Ja, ja, Flash ein paar leben nehmen können dir dass wir hier weg wenn wir ja ja juli bei leben noch jetzt geht es noch da weiter geht es in der runden am geisterschloss weiter hatte ich das hier eigentlich schon geschafft das rutschi rutschlevel muss ich eigentlich nur joshi für haben dann kann ich über die pflanzen laufen das rutschi rutschlevel die kann man auch voll schnell leben fahren die ist eine minute rein und raus aber du machst ja nur das level der mitte sich als geisterschloss gerade muss so sagt das muss auch mal geschafft werden ja noch nicht mal getroffen ja weil sich im bild war nachher mit joshi kommen da ja nicht so dieses rutschi rutschlevel ne hallo ich find schön ey joshi 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 ich find's geil dass man da mit joshi einfach so rauf kann warum hat er auch turnschuhe an also nicht pack die von nintendo die wissen es super scheiß level ach nee das war ja diese scheiße wo ich euch hier stehen lasst dann und da hab ich keine lust drauf wo du ihn verloren hast und eigentlich nur zum münzen fahren hier ja um leben zu kriegen dadurch hallo da kommt irgendwas sie richtig weg hallo fuck warum ich frag nicht ja hätte ich auch gesagt ich mach ich glaub wir machen einen kurzen kart ja und dann bis später ciao ciao tschüss 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 tschüss